Diese zu erwerbende 5-Zimmer-Doppelhaushälfte liegt in List. Das im Jahr 1965 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über vier Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1392 m2 weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 108 m2 auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 3.300.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Wir freuen uns, Sie sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.